da ist es brauche mehr dafür kapseln quatsch hier sind ein turm eine art pumpe und ein paar tanks okay wir versuchen es manchmal ein bisschen stealthy die pandora tiefgreifenden schaden zu und ich glaube es darf einfach nur kein alarm ausgelöst werden alles andere ist nicht so wild okay da ist das erste rad das war schon mit stress glaube ich ja 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 Ich krieg sie einfach nicht. Oh, jetzt hab ich keine Heilkapsel mehr. Oh, jetzt muss ich aufpassen, kurz vorm Abnippeln. Ja, Stealth ist halt immer ne Zeitfrage, ne, also im offensiven Spielstube, zumindest ich, immer schneller auch. Jetzt haben, glaub ich, alle... Das sieht auch nicht unbedingt wie ne große, wie ne RDR-Anlage aus. Hier gibt's vielleicht gar keinen Loot abzuholen am Ende. Also kein so'n Lootraum. Zerschieße den Wartturm-Ventilator. Oh. 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 Jey. Ja, hier gibt es keinen Lootraum. Dann ist das mit diesen Anlagen hier nicht so wild. Oh, Schroffelnden-Mod. Ich muss jetzt unbedingt irgendwie an einem Fluss so ein paar Haifrüchte wieder sammeln. Und wir holen uns mal schon in unseren Ickhörn. Wo bist du? Da ist er. So, da oben ist es. Denk ich mal. Ja. Und jetzt mal runter zum Fluss. Daffo-Dinger sammeln. Die sind zumindest früher immer im Fluss gewesen. Ach, wir können ja mal gucken, ob er jetzt Fische fängt. Hat er sich da einen Fisch geholt? So, ich bin jetzt ein bisschen rumgeflogen. Und hier oben haben wir nochmal so einen Ikran-Korb gefunden. Hier. Und hier ist auch alles so braun. Ich glaube, ich suche erstmal hier die entsprechende Anlage dazu. Guck mal, da ist schon ein Turm. Das könnte das fast sein, oder? Also in die Richtung. Ach, guck mal da. Ist eigentlich ganz fett, was zu sehen. Die Frage ist, wie weit ist das auf der Karte immer, ne? Hier oben ist irgendwas. Das ist eine Riesenanlage. Da gibt es dann gar nicht wieder so einen Lootraum. Ich will mal erst in Richtung, äh, Wir gucken doch erst hier. Das ist eine richtig fette Raffinerie. Guck mal. Au. Au. Rakete. Da müssen wir vom Boden aus angreifen. Hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Ah, hier ist eine Erinnerungsmalerei. Hier ist wieder so ein Ding, wo ich irgendwie durchgucken muss, glaube ich. Wer bist du denn? Oh, du bist es. Ich dachte, ich wäre alleine. Meine Mutter, Naouk, zog sich hierhin zurück. Nach langen Diskussionen. Bevor die Himmelsmenschen das Land vergifteten. Ihr geht es schlechter, seit sie das nicht mehr tut. Ihre Wut beherrscht sie. Als ich sie damit konfrontiert habe, endete es mit lautem Geschrei. Sie hört mir nicht einmal zu. Der Clan hat sie vorher schon kaum noch toleriert. Aber jetzt könnte sie selbst für den Oloektern zu viel sein. Ein Schandfleck für meine ganze Familie. Hier war sie also ruhig? Ich weiß es nicht. Es soll ihr einfach gut gehen. Aber die Giftwolken der Himmelsmenschen töten hier alles. Die Maschinen sind schuld. Wir müssen sie ausschalten. Es ist Verderbnis. Ein hässliches Wort für eine hässliche Sache. Eine solche hässliche Struktur der Himmelsmenschen ist in der Nähe. Wenn du die Verderbnis aufhalten kannst, wird meine Mutter vielleicht wieder die gute alte Nervensäge. Okay, 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 okay. Platz zum Atmen. So. Einprägen. Okay, ich muss hier dann erst reinigen. Dann kann ich das jetzt einprägen. Wegpunkt. Quest. Und da was fällt denn das? Gegenwehr. Nee. Platz zum Atmen. Südöstliche Richtung. Und da. Das war ich zu mutig. Das war nicht. Der Fall war nicht lang genug. So. Aber hier in die Richtung ist auch irgendwas, ne? Warte mal. In die Richtung müsste das sein. Das ist hinter den... Da sind Berge zwischen irgendwie. Das ist auf den Bergen. Das gehört vielleicht zusammen. Und... Irgendwas... Ich wollt grad sagen, uuuh, uuuh, la 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 la. Ich glaub, die haben nachgelassen. Hier ist vielleicht noch ne kleine Zwischenstation oder so. Treppenfußbahn. Kommt gar kein... Kommt gar kein Dingsbums. Also es triggert nichts. Dann gehen wir erst das andere machen. Vielleicht gehört das ja auch zu irgendeiner Quest noch. So, wo waren jetzt die Wölfe? Mittendrin hier. Ja. 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 Sehe ich das vorher nicht, die jetzt lootet, da ist es grün, der ist zum Beispiel lila. Okay, die lilaner nehmen wir mit, fängt an zu regnen, da ist noch einer. Ist das, ist das... Nicht, dass das so ein kleiner Killerhase ist, ja? Tja, wenn die nicht angreifen würden, bräuchte ich sie nicht tödeln. Ich sehe eine Aushutmaschine, die den Seegrund absaugt. Sieht übel aus. Stiefel wären gut. Ich werfe einen Blick auf den Plan. Da komm ich nicht hoch. Da, das muss es sein. Da ist aber wieder keine Anlage, hier brauche ich... Ähm, ich denke, hier brauche ich wieder nicht besonders leise vorgehen. Versuchen wir jetzt, mich irgendwie an so einen Roboter reinzusneaken. Irgendwie muss das gehen. Oh, der kommt ganz schön dicht. Irgendwie... Geht das vielleicht, dass man die von hinten... Da ist auf jeden Fall der Schwachbund. Wir haben einen MTH-Fall. Ganz klar. Es ist einfach tausendmal schneller. Oh, hier ist noch ein großer. Wo kommst du denn her? Wer markiert denn mir grad nicht? Ach, da oben ist noch mal. Ja, komm schon wieder. Ja, komm schon wieder. Ja, ich weiß nicht. Einer ist noch. So. Schließe das Baggerflüssigkeitsventil, Flüssigkeitssteuerventil, oh, oh, vorsichtig hier. Hier ist es. Vernichte den Bagger, Alpha. Achso, das war's schon. Sehr schön. Meistens ist direkt auch so ein Blockending in der Nähe oder der kommt dann relativ zügig. Medizin ist voll. Munition auch. So. Ja, das ist nochmal extra hier unten. Und wir sollen zurück, dann können wir da wahrscheinlich auch dieses Ding da anklicken. Diese Malerei. Wir fliegen mal. Das Ding, das nehmen wir als nächstes vor, glaube ich. Oder wir machen mal wieder eine Quest. Mal gucken. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich hörte, wie du hierher kamst, Vefilu. Von Zorn getrieben. Ich hatte Hilfe. Wir mussten den Ort retten, Mutter. Es hieß, du seist bereit gewesen, allein gegen alle Himmelsmenschen zu kämpfen. Egal. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Mhm. Ah, ich glaube, das sind die beiden auch von der Einjäger-Quest. Vielleicht kann man die dann weitermachen. Die Verschmutzung durch die Himmelsmenschen hat nachgelassen. Ist wohl dein Verdienst. Bist du Naouk? Vefilu wollte helfen. Indem sie sich kopfüber in die tödliche Luft der Himmelsmenschen stürzt. Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Ich wollte nur wissen, was dich hierher zieht. Hier finde ich Gleichgewicht. Ruhe und Frieden. Für mich allein. Ich weiß, dass meine Worte manchmal zu scharf und direkt sind. Ich brauche deine Hilfe nicht, Tochter. Ich wollte immer nur, dass du mich verstehst. Es ist egal, was ich dir geben kann, Mutter. Wie oft wird Gatnat noch gültig sein? Bevor du wieder als untragbar aus dem Heimatbaum verbannt wirst. Und aus unserem Leben verschwindest. Da Heiwu und ich, wir brauchen dich. Tu dir das nicht an. Bitte, nicht nochmal. Dieser Ort war stark verschmutzt. Nicht wahr? Nun ist er wunderschön. Vieles kann wieder in Ordnung gebracht werden. Dann lass uns noch etwas bleiben. Wir können gemeinsam ein Gleichgewicht finden. Okay, versuchen wir es. Shane. Wie funktioniert das hier? Hier bleibe ich noch ruhig. Später schreie ich meine Wut in den Wind. So zerstreue ich meine Sorgen, bis ich die Leichtigkeit wieder in mir spüre. Wir brauchen alle einen Moment der Ruhe, um uns zu sammeln. Auch du solltest es ausprobieren. Was ist denn das jetzt? Es ist wirklich wieder schön hier, wie früher. Ist nicht die alte Höhle in der Nähe, wo ich fischen lernte? Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Und jetzt? Warum? Ja? Frau? Frau? Muss? Wir haben beide zwei Pfeifen, Oh Gott. Das war es finalement. Die Seite mit der Maus ist einfach. Hopps, das kommt jetzt nicht beides gleichzeitig, ey. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, Leute. Ich muss das mit der Tastatur machen. Ach, wir grünen eine. Komm, reicht jetzt. Und was haben wir jetzt bekommen? Dieses Land, diese Schönheit, gezeichnet in so vielen Formen. Solch unglaubliche Wunder überall. Sie müssen beschützt werden. Das ist etwas, an das die Sarintu alle Welt erinnern wollten. Dieser Ort, er ist so einladend. Man möchte sich einfach setzen, die Aussicht genießen. Und jede Sekunde für immer im Gedächtnis behalten. Wie eine Geschichte, die erzählt werden will. Ist das... Entstehen so die Geschichten der Sarintu? Es muss noch mehr solcher Orte geben. Und mehr Geschichten. Ähm. Erinnerungsmalerei. So, hier ist aber erstmal nicht mehr mehr. Oh, das ist sogar... Schöner und andere Qualität. Es regnet zwar grad nicht, aber ich nehm den mal mit. So. Dann holen wir uns das Teil noch. Dann haben wir hier nämlich auch... Wieder saure Luft. Und dann gucken wir uns das Teil nachher an. Eins nach dem anderen. So, jetzt müssen wir gucken, ob der hier was triggert. Oh, ja! Oh, ja! Oh. Oh, ja! Oh, ja. aber das ist wieder so eine bohrenlage einfach ich glaube dass wir da dann vielleicht gar keine hilfe mehr bekommen die quest oben wird jetzt angezeigt und wir haben einfach noch keinen funkspruch bekommen weil wir so eine anlage schon mal hatten wahrscheinlich ich raum ja mal ganz schnell was einfach meine energie und dann machen das hier wieder relativ offensiv denke ich mal er hat auf jeden fall richtig schön gesessen im schwachstellen punkt der schuss gerade bei dem roboter jetzt habe ich von zwei seiten geschossen das war es glaube ich vielleicht sind die einfach zu schießen das wäre viel einfacher Zerstöre die Notsignal-Leuchte. Hä? Zerstöre die Notsignal-Leuchte. War wahrscheinlich einfach nur so komisch übersetzt oder so. Sehr schön. Alles wieder schön grün. So, Munition ist voll. So. Hier ist noch eine Kiste. Hier war noch irgendwas. Ach hier, Stecker. Äh, Grabenhaufen, Objekte feingelassen von Polymerstock. Ach so, weil er voll ist. Ah, und dann lässt er das da automatisch fallen. Okay. So, na das sieht doch schon schön grün aus hier wieder. Tiefe Verbindung Ahnenfähigkeit. So. Das hier könnte eine Forschungsstation sein, oder? Laserschiffer Charlie. Dann nehmen wir uns jetzt das große Teil mal vor. So. Ich mach nur ein Päuschen vorher. Ja. Mal gucken da. Ne, da werd ich mal gucken, ob das ein Forschungslabor ist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020